Wir sind am 1.5.2022. Jetzt habe ich erst ein Video gemacht, ein 1-minütiges vom Ausrottschwanz. Ich komme hinein, dann ist die Rabe dort gelandet und jetzt kommt hier noch ein Schmetterling. Das sieht man. Ein weisser Schmetterling. Der Rabe ist noch dort. Und ach, jetzt ist sie weg. Der Rabe ist noch ein Schmetterling. Ich sehe einen Moment. Wir haben den 1.5.2022. Wir haben ihn jetzt auch angewöhnen. Wenn ich ein Video mache, dass ich einfach kurz die Hand drauf tue. Dann weiss man, ich bis zum Tag.